jetzt kommt noch einer yo youtube herzlich willkommen zu einer erneuten runde in der forest wir brauchen dringend mal eine tür damit wir geschützt sind hat er bei dir auch das bein so hoch macht ein feuerzeug an junge bei mir liegt er nicht ganz normal ja können wir perfekt kann ich meinen dann räume ich den jungen ist direkt wieder auf was haben wir heute vor dank Basis haben wir jetzt erst mal ein bisschen eine aufgebaut ist aber nicht gut sprich wir haben immer noch das essen und trinken problem ich hab schon wieder Hunger wie der da liegt ja ich hab auch Durst ich hab glaub nix ich hab was geerntet ich häng hier noch ein bisschen essen auf ja was machen wir jetzt ich würde sagen dass wir jetzt mal wir haben immer noch das essens problem einmal wir haben nur nicht wirklich eine nahrung ich hab schon wieder Hunger wie Sau und ich hab Durst deswegen würde ich eigentlich gucken dass wir auf jeden Fall diese blauen Bären mal finden wir könnten mal ja lass einfach mal ein bisschen auf den Kunde zu gehen und gucken ob wir auf den Weg Bären finden oder ok ich will jetzt einfach hier mal sagen wir laufen jetzt in die haben wir irgendwie einen Kompass oder sowas ist doch egal wir sehen doch unser Haus immer es gab mal ne Karte ja wir sehen doch unser Haus ja ja aber dann wissen wir wo wir sind dass wir nicht doppelt laufen auf den Weg können wir auf jeden Fall schon mal die Hasen mitnehmen jawohl ich hab wieder nen Hasen ich kann mir schon mal nen Beutel machen um Bären zu sammeln was war das? hä? hörst du es nicht? was hörst du hier? da schreit jemand rum ja das sind die Typen die hier wohnen ich hör nur gerade dass es wieder gewittert sprich wir gleich trinken haben könnten auch nochmal in Richtung unten zum Wasser jo hier sind welche hier sind welche hier sind welche wollen wir uns verstecken oder wegrennen? warte ich bewaff mich erstmal ich zeig dir nachher mal wie man seine Axt anzündet ist zu stark boah hier kommt noch der hat ne Waffe Achtung hinter dir er kriegt aufs Maul da ist noch einer der ist tot oh leu er hat mich getroffen boah ich schwöre pingpong mit ihm oh ich bin tot ich bin tot ich bin tot ja piss dich doch nicht du Mistgebot er hätte mir lieber erstmal hoch sonst bin ich gleich tot dankeschön oh Gott sei Dank alter ähm hier liegt ne Waffe irgendwo hier liegt sie sollen wir die hier liegen lassen oder? ja das ist interessant ob die hier liegen oder woanders noch ein paar Stöcke aber der Typ hatte diese eine Waffe die hätte ich kennengelerb aber dann war es vielleicht der der weggerannt ist einer von den 3 ist weggerannt oh ich brauch die Heilpflanzen jetzt ich find ziemlich low jetzt war noch Mediziner aber die Alter ich hab kein Essen mehr lass mal schnell zurücklaufen ich bin mir aber auch nicht sicher wie man an die Samen rankommt von den Beeren also hier ist einfach nur nix zu trinken drin es regnet doch grad die ganze Zeit ne bei uns im Dinger nicht fuck es hört genau hier oft zu regnen ne hier ist auch nass hier sammelt sich schon was es sammelt sich was ok gut reicht nur noch nicht um was zu trinken kann man es noch nicht essen was hier hängt Nigel nee ich glaub ich hab ich kann dir was braten ich hab noch ne Hasen im Inventory da hast du was gegessen ja ich bin voll oh fuck ah hier sind hier sind Heilpflanzen hier sind Heilpflanzen ich hab die gepflanzt sehr gut weil jetzt kann ich die kombinieren kombinieren mit den Marigold und Aloe Vera und nem Heel ja ich hab auch noch was ich hab auch noch was ah ich war sogar voll läufig Idiot jetzt halt egal wenn du eins verbrauchst ich hab getrunken das eine ist noch für dich frei ich bin noch fast voll von trinken obwohl die nicht ganz perfekt so ich hab jetzt wieder essen jetzt können wir los gehen dann glaubt man hier rechts hoch weil da links sind schon oft ähm Typen gewesen und ich hab eigentlich grad nicht so was zu kämpfen wir haben noch nicht so ne gute Ausrüstung dass wir die gut platt machen können boah oh meier kann nicht mehr das ist so ein Weichei ja da unten in der Kuh da sind schon das zweite Mal sind wir da glaube ich angegriffen worden hier ist ein Rehe hier ist ein Rehe hier sind zwei Rehe wir müssen sie versuchen zu fangen ja ich komm warte noch kurz ja ich versuch die grad zu töten die renner aber gerade die hier unten ja wir können sie kannst du dir jagen ach siehst du auch eins ok ich komm von unten und von oben wo hast du es erwischt da ist nur ein zweites ja ich scheue ichs meiner kann nicht mehr warte 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 ich kann mich als eine vielleicht anstehen schleichen ja warte geh du weiter von geh du weiter von unten es ist da jetzt runter gesprungen ja genau ok da ist das andere ah es ist wieder da ist das andere auch egal kriegst dann ach ich hab's nicht getroffen ich tue oh man die sind nicht schlecht die geben halt ziemlich viel Fleisch und geben so nen Fell ja es dauert dass du nicht wegrennen ja ich bin mir ich überleg mir grad was sinnvoll ist es gerade einzusammeln weil du brauchst das Fell nur das dir warm ist und wir sind eigentlich in keiner Region wo uns schnell kalt wird oh es kommt zu dir hoch ja komm wir lassen es wir müssen das mit dem Bogen holen wir müssen das mit dem Bogen holen ah hier kann man eine Höhle freisprengen ja aber Höhlen sind gefährlich da brauchen wir erstmal ein neues Equipment ja wir brauchen erstmal äh wir müssen erstmal einen Sprengstoff machen um das aufzumachen ok ok was ist hier denn Reh die kriegst du aber nicht guck mal hier hätten wir bauen sollen und wir sind jetzt eh erstmal in der oh Gott in der kleineren Basis also falls du noch oh hier oben ist eine eingeborene Lage falls wir nochmal umziehen wollen können wir das ja noch immer tun ja ah hier sind Seile drin sehr gut ich hab zwei ja ich kann das gleiche nochmal nehmen drei ok man kann jetzt vier Stück ähm sammeln früher konnte man nur zwei sammeln das ist ziemlich gut hier hinten ist noch ein größeres Dorf oh warte 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 hier ist ne 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 hier ist auch einer falls du den aber scheiß ich bin bei mir grad hinterher hab ihn ich hab auch immer gleich die Rüstung von denen gell ich hab ihn oh den Kopf will ich aber nicht können wir hier trinken hier lass mal zum das welche kannst du trinken zur Not ah ne doch nicht gehört doch tut nicht gut ist was tut nicht gut kotzt danach ok wir hängen ein paar Typen ab oh ne wir hängen ein paar Typen ab geil hallo ich kann glaub nichts mehr aufnehmen ich hab ne das ist ein Passagier von uns gewesen ich kann nicht mehr so viel ich kann keine Seine mehr nehmen ja ja du kannst nur vier aufnehmen noch mal zu dem Typen hier wo ich bin ist hier was drin in den Kisten ne oh cool Bro hier gibt's hier gibt's hier gibt's hier gibt's hier gibt's trinken ohne Ende das ist Alkohol das bringt dir nichts ist doch gut ah die die Sodas hier meinst du ja das ist gut ah geil ein Zelt äh ein Koffer guck mal hier komm mal zu dem Typen hier du brauchst den der holt dann deine Liste raus und äh markiert dass er den gefunden hat hier der hier was what kommt der die ob der die Liste nicht bei dir raus aber das ist ein Passagier von uns ähm der ist wie Piñata gell start mal dagegen da kommt Geld raus der lässt Geld fallen kennst du Piñata? ja der lässt echt Geld fallen ja das gibt's auch bei Shellshock ja das sind diese Gewurzaktik oh Alter der lässt richtig viel Geld fallen du hast dich mit Geld hier auf der Insel Alter äh Geld brauchst du für irgendwas bei mir lässt ja nichts fallen doch ein paar mal gegenhauen da kommt bei mir Geld raus der hier sieht nicht mehr so gesund aus ok ich hab ja die Hoffnung dass hier irgendwo wow Alter ah ne ich kann's nicht mehr aufsammeln ich hab grad gedacht ich kann auch nicht mehr aufsammeln leider ja egal aber das bleibt da liegen oder? ja wir sollten hier aber nicht zu lange bleiben gell weil ja warte ich hab noch nen Lizard ähm hier siehst du den Schlamm auf dem Boden schmier dich mal damit ein dann riechen die dich nicht so stark hier wie schmier ich mich damit ein? eh drücken wirst du dir anschauen hier liegt es vor mir oder liegt es bei dir nicht? glaub nicht ok ja nicht auf jeden Fall kam kein E ja hier können wir nochmal herkommen wir wissen ja wo es ist ja aber es hat sich ziemlich gelohnt ich hab irgendwas gefunden ich glaub hier war grad ein Messer oder sowas Coins? hier sind ein Platinen ich dachte gleich ich hab ein Messer gefunden oder so hier sind nur Platinen ah hier ist ein Dynamit glaub ich eh das sind nur Flares was kann das? ich kann's anzünden das sind solche Lichtdinge oh Coaster läuft oh das ist ein Eingeborener glaub ich siehst du die Typen da sitzen? da hockt doch einer oder? ja lass uns mal von hinten ansteigen den töten oh der in der Waffe eins zwei drei boah boah geile ich hab die Waffe aber nicht ich krieg den ich glaub die kriegt man nur manche oha du One-Hit ist die von hinten das ist ziemlich cool ja wollen wir noch zurücklaufen und dann beenden wir die Aufnahme glaub ich ja können wir ruhig machen ich guck da sie sich vielleicht noch ein paar Messer die Regel kurz krieg genau die meine ich das ist nicht geschlagen kann gut sein der Kone wer was mich angreift gutes Team in jedem guten Team schlägt man sich mal mit ne Axt doch ein Lizard bekommen perfekt dann haben wir jetzt eigentlich schon wieder ich hab ziemlich viel Essen das ich aufhängen kann weißt du wie du die Rüstung bei dir hinzufügst ne ok das zeig ich dir dann nach der Aufnahme was ich noch ein bisschen schade finde wir haben noch keine Bären gefunden Re 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 die Bären wären echt noch mega praktisch ja müssen wir noch mal gucken Blueberries heißen die also das sind halt Blaubeeren halt mhm weil die geben dir trinken und das ist verdammt stark oh hier oh nein es ist nur so ein Heilkraut ich hab grad gedacht ich hab blaue Bären gefunden aber es waren nur blaue ähm blaue Blüten wir kriegen die nicht glaub ohne Pfeil und Bogen ja außer man hat Glück und ist grad im Busch versteckt boah die können einfach die Steilküste runter springen aber du musst dich auch noch zweimal treffen gell ok ne ich hab's fast einmal getroffen grad ok hast du Hunger? ne ok gut weil hier sind Pilze ja lass mal schnell nach Hause da kann ich die Pilze einsammeln mit meinem Behälter aber es wird doch schon wieder dunkel hier oben können wir uns merken hier sind ziemlich viele Pilze das ist ziemlich cool ich häng noch kurz mein Fleisch auf und dann ja mach ich auch noch und dann denk ich mal reicht das für heute pfuh hm hm ich müsste mal eine Fackel bauen ja das können wir eigentlich noch kurz ah unsere Trinkbehälter sind komplett voll ja ich hab noch gar nicht so viel Durst ja ich sag's nur weil das bleibt ja da drin das ist mega gut wie oft kann man da draus trinken? äh ich glaub dreimal oder so pro Dinge wenn das voll ist wie häng ich was hin? äh in die Hand nehmen und dann kommt da so ein Zeh so dann baue ich kurz noch eine Fackel auf und dann ist das Ding voll oder ne? boah sieht doch nicht schlecht aus wo ist denn hier erst denn? ja eine Fackel ähm ah hier standing fire dann stellen wir hier wie lange hält das? bin ich mir nicht sicher zack obwohl eins reicht fast willst du nur eins draußen hinbauen? ist ziemlich hell wir können hier vorne so Emojis hängen du kannst so aus Körperteilen von den Typen Dinge bauen ähm was dich abschreckt kann helfen aber mehr hab ich nicht ok ich würd sagen dann setzen wir uns kurz zum Abschluss noch auf die Bank perfekt nächste Folge werden wir denk ich mal wieder das Lange noch ein bisschen abbauen ist echt eng hier nächste Feuer wird noch ziemlich äh die nächste Folge wird noch ziemlich lange hin dauern weil wir jetzt erstmal Urlaub gehen ich freu mich auf jeden Fall ja ne es wird nicht länger dauern es wird trotzdem ungefähr nur eine Woche dauern weil wenn wir daheim sind ja für uns dauert halt länger bis wir wieder aufnehmen ja klar ich freu mich auf jeden Fall weiter aufzunehmen weil das Game macht echt bock ja es macht richtig bock auf jeden Fall danke fürs zu Ende schauen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann kann ich nur noch sagen 3 2 1 tCHZ j k k Bis zum nächsten Mal.